Sind Sie dran? Dann darf die Kundin sich bei Ihnen austoben, Frau Mela. So geht das nicht. Und dann noch dieses zickige Benehmen. Sie fanden das nicht zu schecken, dann machen Sie das doch. Wo kommen wir denn da hin? Wir sind ein Besörsalon. Die Kunden gehen hier schön und zufrieden raus. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und nicht mit zerschmiertem Make-up und einer Laune wie 10 Tage Regenwetter. Was soll der Mann denn sagen, wenn seine Frau nach Hause kommt? Ein Gesicht.